Der Lehrbereich Medienkompetenz bietet Studierenden unterschiedliche Grundlagen und Werkstattkurse, durch die sie ihre individuelle Medienkompetenz praktisch ausbauen können. Durch eigenständiges Produzieren, alleine oder in kleinen Gruppen, erleben sie authentische Situationen und erfahren direkt Möglichkeiten und auch Hürden und Grenzen der medialen Kommunikation. Die Gestaltungsspielräume erweitern sich und es entstehen mobile Touren, Weblogs, Fernsehbeiträge, Plakate, Zeitungen, Podcasts, Hörspiele und vieles mehr. Fachliche Begleitung, Zusammenarbeit und ständige kollegiale Reflexion trainieren die Analysefähigkeit für geschriebene, auditive, visuelle und virtuelle Inhalte und deren Zusammenspielen. Mit ihren Kursergebnissen gehen viele Studierende auch in die Öffentlichkeit und beweisen damit, dass sie sensibilisiert sind für mediale Inhalte, eine Ahnung haben von der Medienwelt, in der sie leben, Medien aktiv nutzen können und durch mediengestalterische Fähigkeiten aktiv an der mediatisierten Welt teilhaben können und so mit einer wesentlichen Kulturtechnik dieser Zeit zurechtkommen. Und so mit einer wesentlichen Kursergebnissen kursergebnissen die W nodig Vielen Dank.